ich habe einen komplett neuen account in fifa 23 erstellt zwei stunden dort gespielt und das passiert wie immer wenn euch das video gefällt lasst sehr gerne ein like da abo nicht vergessen und schreibt mal gerne in die kommentare ob ihr mehr videos von dieser art sehen wollt also vielleicht auf diesem zweiten rtg account und dann würde ich jetzt sagen viel spaß mit dem video ich will jetzt einmal ganz kurz die zeit nutzen und mal auf den zweiten account gehen und mir das mal angucken da wir haben glaube ich die packs schon hier gezogen ah genau ich hatte rati gezogen ja ich erinnere mich auch so ein paar secret karten erst macht oder erst mal spcs machen was ist besser jungs den ganzen track spcs wichtig 50k pack damit schwierig dann rivels muss irgendwas gutes kommen jetzt irgendwie macht sich ja kodati spiel war okay perfekt jungs nice alter dann haben wir jetzt 55k pack und 100k pack noch mal 45k pack das müll oder merino müll müll dahinter mal so dem belee oder komm bruder mauro breaker zum müll sommer der schlecht auspack aber jungs richtig schlecht kippen schkappig Das ist es halt echt nicht, ne? Irgendein Molle kostet wenigstens was, weil ein Molle ein Macher ist. Komm, Bruder, gönn was, bitte. Brasilien. Wenn ich schon Spanien sehe, dann könnt die schon auf den Tisch kotzen, Alter. Okay, ich hab's jetzt aber, Jungs. Ein Rule Breaker. Okay, nochmal ein halbes 45er. Oh, Walkout. Ein dicker Walkout. Arcane, oder? Oh, Trange. GGs. Können wir auch ins Team stellen, auch PS5-Langsy. Und Benjera, GGs, Digga. Ich sag's doch, das Team baut sich langsam so auf hier. Was wir jetzt machen, ist dieses 100k-Pack hier, Jungs. Switch aufwärmen, so. Also, erziele in Squad Battles, also Rivals. Ein Tor, okay, ein Tor mit Martial machen. Viele Monate später. Okay, Jungs, wir haben nochmal, ähm, wir haben nochmal ein 100k-Pack und ein 50k-Pack. Bitte. Robertson? Ja, dann nehme ich mit Robertson. Ist okay. Sogar gut, das Pack eigentlich, Lindström und Robertson. Jetzt 100k-Pack auf korrekt, EA, bitte. Bitte grün. Bitte grün, 9-Wheel-Breaker. Inchallah. Ihr links lang, aber kein dicker Walkout. Nicht wundern, über Halswetter. Hier, das ist einer zu viel, ne? Das ist, ey. Das kannst du keinem erzählen. Warum ziehe ich den nicht auf dem Mail-Account, EA? Warum? Warum auf den zweiten Account? Egal, dann bockt der zweite Account wenigstens jetzt. Spray, nee, ist unspray. Aber dann bockt es wenigstens auf den zweiten Account, Jungs. Ich nehme es mit, natürlich. Ich freue mich darüber, logisch. Aber wirklich zu krass, Alter, dass der auf dem Account kommt, ne? Zwei Stunden auf dem Account gespielt und einfach das Team bekommen. Ronaldo hat gut ein bisschen Peckler gehabt, aber sonst sieht es schon geil aus eigentlich.